herzlich willkommen ihr jack dexter fans da draußen ja in der letzten folge haben wir rumgeguckt bzw ja es war das problem ist ich habe es herausgefunden bzw ich habe noch mal geguckt beim rendern ist es mir aufgefallen und zwar diese energiezellen werden wir erst gar nicht finden also jetzt noch nicht dieses blaue eco das werden wir nämlich erst finden das werden wir erst finden wenn die wenn wir die im wald waren diese komischen hier in diesem bereich das irgendwie glaube ich so ein ladebereich vom spiel das werden wir erst kriegen wenn wir eben klingens waren wenn wir in diesem waldbereich waren und da alles freigeschalten haben ich habe erst so gedacht so jetzt blöd oder sonst was ja das auch aber aber dann kam ich nämlich drauf habe ich nämlich gesehen habe ich dann gedacht ach so müssen wir wieder in das komische gebiet rein guck dir bloß mal diese irre skulptur auf den felsen da drüben an nein ja der lux uns ab ich glaube ich kaufe erst da bei dem alles so müssen wir nämlich nicht mehr dahinter bei precursor ops hamstern brauchst du eh nicht musst du eh alle ausgeben wenn du 100 prozent damals musst du eh alles machen ich muss schneller drücken oder halt den sprung hier machen nein warum tust du das ich muss nein also ja okay erst den wieder ja okay jetzt kriegen wir es hinkommen nein okay wir müssen diese komischen flug kreisel dinger machen ja ich werde es auf jeden fall alles kaufen das ist ein spiel was wir ziemlich ruhig spielen müssen jetzt man dazu sage ich nur rara riba meine herren meine herren meine herren hier läuft es schon wieder bei uns er will aber auch manchmal nicht mehr manchmal manchmal will das auch einfach nicht so jetzt aber warum denn gleich immer so schwer das muss einfach wer weckt das orakel auf wartet einer von euch hat das innere licht ja ich beginn der zeit suche ich und warte auf die rückkehr des wahren helden bringt mir 120 prekursor ops für jede energiezelle die besitze 100 fucking 20 wollt ihr mich verarschen ja komm eine hast du schon erhaltet ihr eine weitere energiezelle komm eine machen wir mal den dürfen wir auch nicht vergessen so da hinten geht es da hoch dann laufen wir hier mal hin noch hier war aber nichts oder nicht so ein geheimes versteck oder so weißt ja nie in dem spiel ne dann brauchen wir nochmal 120 also jetzt noch 21 stück ja weil das öffnet sich dann alles ne ok aber hier geht es nicht mehr lang ne ich habe keine ahnung warum hier zur ernste musik kommt ich will aber damit auch nichts am hut haben wir klettern mal hier hoch dann müssten wir von hier in den wald kommen ja hier ist der wald irgendwo fehlt uns noch diese eine fliege die müssen wir mal herausfinden wie gesagt und erst wenn wir dann diese fliege gefunden haben warum warum ich hasse schlangen ne ich hasse einfach schlangen ich weiß nicht warum ich hasse sie einfach so abgrundtief also ich ekel mich halt davor ne damit können wir noch nichts machen ich habe keine ahnung ob das jetzt gut ist dass wir hier lang gehen ob das erstmal scheißegal ist wo wir hier lang gehen aber es scheint erstmal egal zu sein im ersten moment wirkt es wirklich scheißegal aber da haben wir so so einen komischen energie schlumpf das ist ein bisschen crazy hier alles ne so dann nehmen wir die ein dann laufen wir erstmal hier entlang da oben haben wir noch eins mal die freakleser orbs mit mal die freakleser orbs mit mal die freakleser orbs mit Nein, fast einen perfekten Run gemacht. Hier, Jump, Run. Jump and Run. Deswegen heißt das Jump auch. Run und Jump, Run. Ich glaube, hier kommen wir irgendwie nochmal raus, oder? Das sind, glaube ich, noch ganz viele da oben. Ja. Hier kommen wir noch nicht hoch. Tu mir den Gefallen und halt dich von diesen dunklen Ego-Kisten fern. Okay, hier hoch. Perfekt, da haben wir hier die zweite. Da brauchen wir auch dieses Ego wieder. Also wir müssen das Ding mal öffnen, um da voranzukommen. Alles klar. Da unten kann man auch noch runterrennen, ne? Aber dann gehen wir erstmal hier hoch und wir müssen da rüber. Oh, das sehe ich. So. Okay, da machen wir irgendwas mit auf Eine Brücke Bleibt die Brücke Nein Ich war direkt hinter dir Jack Ehrlich, glaub mir Na gut, wir haben ja hier jetzt alle Precursor Orbs eingesammelt Dann gucke ich mir noch schnell hinten alles an Aber da können wir nichts machen, wir müssen da an die Brücke ran Dann werde ich auch direkt da durch die Brücke gehen Also direkt wieder über die Brücke und dann da rein So, einmal hier Wir müssen auf die Spitze dieses Turmes Moment, ich will kurz mal hier Hier entlang Sehr schön Haben wir das auch Hier so ein Geheim Und den Fahrsturm auch aktiviert, sehr gut Gut, da haben wir den aktiviert So, Turbo Nein Mist, aber die laufen jetzt eh, ne Okay, das ist ein bisschen tricky hier Tricky, tricky, tricky Sehr schön Okay Dann fangen wir mit dem Fahrstuhl wieder einfach runter, ne Ja, so Animationen laufen mal ein bisschen schlechter, ne Aber wenn sie geladen sind, ist okay Es hat immer nur kurz dieser Ladebildschirm Wo sind wir hier Wo sind wir hier An so Sachen kann ich mich echt gar nicht mehr erinnern, ne Okay Okay Oh, hier kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ne So, dann einmal hier alle holen Jetzt sind wir auch wieder in einem ganz anderen Gebiet, ne Kann das sein Ja, wir sind in einem verbotenen Dschungel sind wir noch Okay, also Ist das gewollt hier unten drin Dann einmal hier hin leipfen Ja, okay Geil Wegen Bier, nehmen wir direkt mit Energiezellen Kann man immer gebrauchen Die ist Standard Ah Habt ihr das gesehen? Auf der ganzen Welt sind blaue Ekoöffnungen aktiviert worden Ja, wir haben es Ich hab doch gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt sie aufzumachen Es muss noch andere Worte geben, von denen man auch die restlichen Ekoöffnungen aufmachen kann So, was haben wir hier Das war's glaube ich, ne Wenn nicht, wissen wir, okay, hier könnte es noch was Hier könnte noch was drin sein Wenn irgendwas nicht passt, dann wissen wir, alles klar Oh, 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 oh Na, hallo So, dann würde ich sagen, Optionen speichern wir hier mal kurz Nein, ich will speichern Nein, ich will speichern Ah Okay, zack Ja, Mist, ja, okay Wir müssen warten, bis die kommen Ich will Ich will Ich will Hier Ich w .. Was Alle Gut Die müssen wir nicht nur einsammeln Perfekt So, wir lassen den einfach herkommen. Okay, wenn die also kommen, ja easy peasy. So, wenn die einfach kommen, lotsen die einfach hier hin. Jawoll. Easy peasy. Yes. Boom. Ja, leichtes Ding, leichtes Ding hier. Ah, hier kommen wir wieder raus, okay. Ja, jetzt haben wir wie gesagt... Jetzt haben sie ja an der ganzen Welt diese Öffnungen hier. So haben wir in der ganzen Welt diese Öffnungen dann... Ah, ja okay. Ich werde was echt bewegendes auf deinem Begräbnis sagen, wie? Wer wird mich jetzt zurück verwandeln? Ja, ich. So, es sind ja überall auf der Welt sind ja die jetzt frei geworden. Jetzt gehen wir mal kurz hier rüber. Ich hasse Schlangen, ne? Ich hasse Schlangen, ne? Ich weiß nicht warum, aber es ist halt wirklich so. Ich hasse sie. Okay. So, hier ist noch so ein Maschinchen. Wir müssen dich mit diesem blauen Zeug aufladen, um die Tür zu öffnen. Ja, ja. Ich weiß schon, ich wollen nur Gucke. Komm der Ketter noch diese Maschine und zerstören den Spiegel, der den Precursor-Strahl ablenkt. Okay, noch eine brauchen wir davon. Noch eine Fliege. Ich muss jetzt nur gucken, wie wir da hochkommen. Wie waren das nochmal? Sachen über Sachen, die man hier wieder herausfinden muss. Ach, hier. Nein, 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 nein. Ein sehr feinfühliges Spiel immer. Aber eh, es macht so Bock, ne? Also, es macht richtig Spaß. Erstmal kurz mich hier hoch. Yes. Sehr gut, die nächste. Die nächste haben wir. Wie viele brauchen wir denn noch? Oh. So, eine noch. Setze den Ekostrahl wieder frei. Die zwei. Die anderen zwei wissen wir noch nicht. Okay, wir können hier nur hochklettern. Okay. Und dann. Müssen wir doch hier irgendwie. Ah. Ich verstehe. Diese Turmdingsbumse, die im ganzen Dschungel verteilt sind, müssen den Ekostrahl wieder umlenken. Komm, wir basteln mal daran herum. Richte den Strahl aus, indem du den nächsten Turm anpeilst. Na, wo kommt der nächste Turm? Hier irgendwo, ne? Der zeigt sie sogar an, ne? Perfekt. Den Klettern gehen wir da direkt rüber. Machen wir das mal schnell. Hey, wir können ja dem Strahl folgen. Dann kommen wir automatisch zum nächsten Turm. Los, 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 los. Machen wir das nämlich schnell. Der nächste ist hier. Ah, da sind noch Kisten. Da müssen wir auch noch irgendwie hin, ne? Lass uns zum nächsten Turm gehen und dort auch den Ekostrahl wieder anschließen. Der war jetzt hier, ne? Jo. Der nächste Turm ist dann hier. Müssen wir auch noch hier runter, ne? Das machen wir dann gleich alles. Ah, ein Haufen Aufgaben haben wir hier. Ah, diese Pflanzen sind tot, ne? Ach, das waren... Ah, das waren diese... Das waren die Pflanzen. Ah... Nimm mal, war die jetzt... Äh, die war hier oben, ne? Ah, das waren... Ah, okay, ich verstehe. Ah... Ah, so langsam... Hat sie doch so ein Bild hier aus. So... Wo gehst du jetzt hin? Hier raus, ne? Was ist das? Was ist das? Gut, das machen wir gleich. Ja... Gehen wir jetzt erstmal hier runter, ne? Ging ja hier irgendwo... Ja, hier. Gehen wir jetzt erstmal hier runter... Machen da unten alles. Machen da unten alles. Oh, nicht da reden werden, ne? Jo, ne? Jo, ne? Kommt's besser. Oh. Jo, ne? Machen wir. Jo. Oh. 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 Ja, man hat gar keine Zeit richtig zum Gucken. Weg mit den Ohren, ne? Oh, das ist so gut, ne? Das ist ein richtiger Seaman, ne? Boah, das war knapp. Jo, ne? Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nach rechts. Da kommt Großer. Ja. Oh, 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 oh. Die Hälfte haben wir schon fast. Verpasst, ne? Ruhig, Junge. Dürfen nicht ein Aal kassieren. Oh, was ist das denn, Alter, für eine Runde? Oh, scientificworkset. Oh, oh, komch. Oh, oh, oh. Halt blending certain things. oire bolt nossos. Oh. Oh. Oh ja ne, ja ne super Sache ne. Danke. Ja machen wir ne. Machen wir. Machen wir sowieso. Wir müssen sowieso machen ne. Ah der freut sich noch. Ach super. Immer mal ne gute Torte ne. Komm her. Ist ja irgendwo blaues Eco. So noch eine. Was brauchen wir denn noch hier. Wir haben jetzt noch drei Stück. Eine kriegen wir glaube ich noch. Wir müssen jetzt aber echt aufpassen. Okay da können wir nur hier hoch hüpfen. Alles klar. Dann hätte ich mal gesagt ne. Oh sehr schön. Was macht die jetzt hier. Okay. Muss ich nicht verstehen. Aber hey. Egal. Da ist nämlich auch noch eine ne. Ja. So zack. Mach mal das. Hier sind aber auch keine mehr. Jetzt haben wir ja eigentlich so gut wie alle eine fehlt uns noch. Precursor Ops. 25. So. Einmal hinter gelaufen. Haben wir alle. Ne ne. Noch fünf Stück. Noch fünf Stück fehlen uns ne. Ich glaube die fehlen uns da oben ne. Weil da waren Kisten noch da oben ne. Oder. Oder da hinten. Wir schauen mal. Oder hier irgendwo ne. Nein. Mist. Okay. Dann mach ich das hier unten erstmal schnell. Damit wir den noch kriegen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja da hinten. Da müssen wir irgendwie noch. Oder. Ne. Da waren wir ja schon. Wo könnten diese fünf Precursor Orbs noch sein. Oder halt doch nochmal in der Mine unten ne. Wir sollten diesem Schwätzer von einem Bürgermeister sagen. Dass er verdammt tief in unserer Schuld steht. Weil wir den Energiestrahl des Dorfes wieder angeschlossen haben. Ja ne. Und. Uns fehlt. Moment. Uns fehlt eine ne. Uns fehlt ein Precursor Orb ne. Oder. Genau. Okay. Der ist zurück zu dem Bürgermeister. Okay. Das ist die. Aber uns fehlt irgendwie noch eins. Deswegen gehe ich nochmal kurz hier entlang. Schau mal, also hier unten war ja nichts mehr. Wie gesagt, sonst haben wir ja die sieben haben wir ja, oder? Ja, die sieben haben wir. So, war hier noch irgendwie was. Hier konnten wir hoch. So, und du noch. So, da konnten wir noch hoch. So, ansonsten war hier nichts. Dann gehen wir weiter, die Brücke entlang. Da ist wirklich hier oben noch was drin, ne? Weißt ja nie, am Ende war da unten noch irgendwie so ein Jumper, den ich verpasst habe. Oder irgendwas. Irgendwas war es aber am Ende hier noch. Am Ende waren hier irgendwo noch Precursor Orbs. Wie gesagt, die können halt überall sein, ne? Das ist es ja. Überall können die Jungs sein. Deswegen gehen wir noch mal hier runter. Und schauen mal, ob hier unten was jetzt noch auf uns zukommt. Ob hier noch irgendwie was war. Hier war ja nichts, ne? Ah, das ist ja nicht schlimm. Vielleicht hier irgendwo, vielleicht so. Hier vielleicht fünf Stück. Ich glaube es nicht. Mal gucken, ob da vielleicht was war, aber nope. Oder halt, wir waren zu voreilig, als wir bei der Pflanze waren. Oder beziehungsweise, wo wir bei der Pflanze fertig waren. Ich hatte noch irgendwie Precursor Orbs hier, aber nope. Auch nicht, okay. Ich will mir dann noch die fünf. Wir gehen jetzt alles strukturiert durch. Ja komm, dann gucken wir hier nochmal alles lang. Oder die sind halt noch am Meer, da unten, ne? Das kann halt jetzt auch sein. Meine, die müssen ja jetzt nicht unbedingt... Die können auch draußen auf dem Meer sein, ne? Gucken wir mal. Schauen wir uns mal an. Oh, yo. Die müssen ja jetzt nicht unbedingt alle nur oben sein, ne? Ich kann mir aber wirklich gut vorstellen, dass sie vielleicht doch dann im Meer sind, ne? Vielleicht hier noch im Eck oder so, weil hier haben wir gar nicht geguckt, ne? Hier sind keine mehr. Okay, hier sind auch leider keine mehr. Dann müssen die oben sein. Dann müssen die hier irgendwo sein, wahrscheinlich. Dann können die hier irgendwo sein, vielleicht hier. Das ist doch noch hier drin. No. Oh, das fühlt sich gut an, wenn man ein Leben wieder hat, ne? Oh. Crazy. Wo sind die? Vielleicht hier noch irgendwo. Oh. Wo könnten noch Precursor Ops sein? Hier haben wir noch nicht so geguckt, ne? Hier im Wasserfall unten, ne? Haben wir jetzt aber wirklich, haben wir alles abgesucht, ne? Hier waren auch keine mehr. Hier waren keine mehr. Es siehst und bleibt ein Rätsel. Moment, wir uns fehlen 5 Stück. Hier haben wir verboten und schon mal 5. Fucking Stück. Ich meine, das ist halt jetzt sau gefährlich so, was wir hier machen, weil... Dinge so und so, ne? Wo könnten die sein? Ich überziehe jetzt hier eigentlich schon wieder krass, ne? Weil eigentlich immer nur halbe Stunde Parts machen, aber das ist halt, ne? Man ist dann halt auf der Jagd nach den Precursoren. Den hatte ich ja schon. Hier kommen wir ja raus. Jetzt haben wir die Frage, wo der Kram ist, ne? So, da kamen wir raus, da müssen wir... Wir gehen halt hier nochmal kurz über die Brücke. Na ja, viel bringen wir jetzt ja trotzdem nicht, ne? Ich meine, das bringen uns ja die Brücke also auch nicht hierher. Moment mal, oder sind die vielleicht hier? Auch nicht, ne? Hier sind sie auch nicht. Ja, auch nirgendwo. Wo sind die 5? Oder sind die noch da in dem Versteck? Da, wo wir waren. Ich hab nicht richtig geguckt. Hier waren ja welche. Hier können wir nicht hoch, okay. Hier geht's ja auch nicht lang, okay. Hm? Komische Sache. Ich will's jetzt auch nicht so verkacken, weil wir haben ja alles freigeschalten momentan, ne? Komm. Komm. Los. Sehr schön. Ich brauch nur noch ein 1. Ja, toll. Ganz komisch. Das ist ganz komisch, ne? Ich weiß nicht, wo die 5 sein sollen noch. Komm. Hier werdet ihr euch jetzt denken, oh du Depp, die sind doch da hinten. gleich gucke ich noch mal schnell am wasserfall vielleicht sind die hier irgendwo im wasser oder so und so kleinen durchgängen achtet man ja weniger drauf ist ja noch einer ja nein es ist ja ganz komisch Jo, wir haben jetzt einmal alles abgesucht, ne? Am Ende sind wir hier, oder so, ne? Aber eigentlich ist das ja hier wieder Sanddorf, ne? Ist das ja auch noch? Da ist irgendwas, da ist so ein komischer Stein, da bin ich noch ganz schnell hin. Hey, wieder eine Stunde fast gemacht. Okay, da hinten ist so ein komischer Stein. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass jetzt wieder alle Gegner da sind, ne? Wenn so das Gebiet verlässt und wieder reinkommt, muss dann alle Gegner respawnen. Und da hinten ist so ein komischer Stein, ne? Das ist jetzt der Moment, wo du von dem Viech auf die Fresse kriegst. Boah, von dem Viech auf die Fresse kriegst. Ne, eigentlich sind das so die Momente. Das ist so ein ganz komischer Stein, ne? So ein Steinvorsprung. Hatte ich eigentlich gerade gedacht, hm, okay, vielleicht kommt es von dort, aber nein. Wer hat ja auch gemeint, schlagen wir die Maschine kaputt, ne? Schade, 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 schade. Ich weiß es gerade echt nicht. Ist das andere? Ich wüsste gerade echt nicht, wo es noch sein könnte, ne? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Nein, und sie tötet uns. Und damit würde ich sagen, ich habe es doch gesagt, den haben wir immer wieder auf die Schnauze gehauen und jetzt nicht. Dann würde ich hier sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.